Okay Leute, es geht weiter mit Babas Palast. Wie ihnen von Muttenroschi gesagt worden war, begaben sich Goku und die anderen zu Baba. Würden sie in der Lage sein, den letzten Dragon Ball ausfindig zu machen? Oh du meine Güte, wie jung du noch bist. Bist du die Höllenseherin Baba? Welch seltsamer Name. Ich bin die Hellseherin Baba. Hör gefälligst besser hin. Ach, aber der Höllen passt auch ein bisschen. Ich möchte dich bitten, nach etwas zu suchen. Kein Problem, aber das wird auch ein Süßengeld kosten. Zumindest unter normalen Umständen. Aber mein inneres Auge verrät mir, dass ihr kein Geld habt. Aha! Was können wir also tun? Nun, ihr könnt gegen meine Krieger antreten. Und wenn ihr sie besiegt, sage ich euch eure Zukunftsgases voraus. Abgemacht. Das wird super. Also gut, du bist dran. Mann im Teufelsgewand. Ach, der... Ach, den kenne ich noch von früher. Ey, wieso ist das so... Wieso ist das so langsam und so schlecht? Fick dich doch. Ach, du Kacke. Jetzt so... Ach, du Kacke. Kann er nicht runterfallen oder so? Ach, er kann ja fliegen, der Wichser. Hier, komm her. Was machst du da in Dönerspieße herum, verdammte Wichser? Komm. So. Ach, du Kacke. Ey, wenn ich jetzt verliere. Das ist die größte Schande. Okay, komm. Boah, so knapp noch. Egal, wir haben es geschafft. Boah. Boah, wir haben es geschafft. Ich habe ihn geschlagen. Hahaha. Wer ist der Nächste? Mist. Du bist was Besonderes, mein Junge. Aber hier hört die Glückssträhne auf. Der nächste Gegner ist weiter stärker. Komm raus. Okay, okay. Also gut. Dich mache ich mit links fertig. Würdest du dich vor dem Kampf nicht verneigen? Hä? Oh, natürlich. Hm. Er riecht irgendwie angenehm. Okay, er riecht angenehm, okay. Also dann. Beginnt den Kampf. Wie angenehm riechen. Okay. Habe ich gewonnen? Okay, ich habe wirklich gewonnen. Hat er sie gerade wegteleportiert? Okay, und so. Okay, und so. Okay, und so. Ich hätte echt gedacht, dass er jetzt so stark ist wie Jack Lee. Nicht Jack Lee, äh, Jackie Chan oder so. Aber ist er wohl nicht. Verdammt. Ach, Kacke. Er hat mich getroffen. Verdammte Kacke. Verprügelt mich nicht. Ja, hör auf, Mann. Okay, ich glaube, geschafft. Und so. Ähm, okay, geschafft. Ich dachte, er wird jetzt verloren, aber egal. Okay, geschafft. Ähm, ja, komm, 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 komm. Verdammt der. Okay, komm. Weg mit dir, Opa. Okay, ich bin ein bisschen besser drauf als davor. Okay. Und? Ich habe gewonnen. Stimmt's? Ha, 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 ha. Ich gebe auf. Du hast mich geschlagen. Du bist viel stärker geworden. Goku. Es freut mich, dass du so gut trainiert hast. Woher kennst du meinen Namen? Du bist dort nicht etwa... Maske ab. Doch, ich bin es. Gohan. Wow, Großvater. Großvater, Großvater. Ich hätte allerdings nicht gedacht, so wenig gegen dich ausrichten zu können. Also, dann will ich euch, wie versprochen, die Zukunft aufraussagen. Hi, 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 oh. Däner, 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 Spiess. Mhm, ich sehe ihn. Der Draymond bewegt sich. Er befindet sich in einem Auto, ca. 200 Kilometer von ihr entfernt. Danke. Dann brenche ich am besten zur Wort auf. Sammelgegenstande Goans Hut erhalten. Goan ist Nymph. Für Zweikämpfe auswählbar. Speichervorgang gespeichert. Okay, Straßeneinerstadt Eine Straß, äh, Straßeneinerstadt, okay Ach nein, ich, ach, die Frau ist jetzt dabei auch noch Hey, gib mir, äh, gib mir den Dwangball Pilar Ah, an dich erinnere ich mich Ihr wollt mich doch, äh, ihr wollt mich schon, ihr wollt mich doch schon mal umbringen, oder? Hm, hm, hm Hm, beeindruckend, dass du diesen Dwangball ordnen könntest Ihr hackt wohl schon, äh, ihr hackt wohl schon wieder über den Machenschaften aus Also mach keine Schwierigkeiten und gib ihn her Hm, 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 das kann ich nicht Auch ich, auch ich sammle Dwangballs Und meine Nase juckt, was hältst du davon? Wir kämpfen und falls du gewinnst, gebe ich ihn dir Wenn wir, wenn wir aber gewinnen, gibst du uns alle sechs Also gehst du die Abmachung ein Kein Problem Wenn du einschlägst, schlage ich auch, schlage ich auch rein, okay Okay, dann lass uns kämpfen Hahaha Diesmal wird die Sache anders enden Oh, kacke Los, Kombination Oh nein Ich kann mich erinnern wieder Der war böse Ich weiß nicht mal, inwiefern er böse war, aber er war böse Okay Äh Ich versuche mein Bestes hier, Leute Ich mache irgendwas Was helfen könnte Okay Oh Ah, fick dich doch ins Knie Oh, komm Ach komm Fahr zur Hölle Ähm So dumm bin ich nicht Okay Ich glaube, ich habe ihn gleich auch geschafft Okay Der ging jetzt irgendwie leicht Der ging irgendwie leicht, aber egal, geschafft Ja Gebiet klar 666440 Guku besiegte Pilaf und seine Gefolgsleute problemlos Er hatte endlich alle Drainbirds vereint Er nahm Upa mit sich und begab sich im Land von Kari Dort bat er Li Shangron, Boa wieder zum Leben zu erwecken Damit hatte Guku sein Versprechen gehalten und freute sich auf den nächsten Weltkampf Er ließ Muttenroschi und die anderen zurück, um noch härter zu trainieren Okay Ich glaube, jetzt kommt auch die letzte Kapitel Weltkampf Arena Drei Jahre vergingen Und der Tag des Weltkampfs stand erneut vor der Tür Welche Kämpfe würde Guku nun wohl mit seiner neuen Kraft liefern? Guku ist noch nicht da Was werde ich mit ihm machen? Mit ihm machen oder so Was macht Guku denn? Er wird zu spät kommen Von ihm haben wir lange nichts mehr gehört von Krillin Oho Nur noch drei Minuten Hallo Leute Hey, na, wie geht's dir? Wie geht's denn allerseits? Mensch Musst du immer so auf die Folter Musst du uns immer auf die Folter spannen? Okay, es ist so weit Viel Glück Ich gewinne bestimmt Weltkampf 1 Duell Guku vs. Shouzou Ach Sag mal Bist du wirklich so stark? Natürlich Gegen dich verliere ich sicher nicht Okay Ich werde dich nicht mit Samthandschuhen anpassen Ein Duell zwischen der Schildkundenschule und dem Kranischschule Bist du beginnt das erste Duell? Oh Schau Shouzou Äh So So Dankeschön Und so Und so Und so Ist ja wirklich stärker geworden Irgendwie merke ich das auch Komm Wir probieren Okay, dir probiere ich nur noch die Fresse Ich war aber Ich weiß schon jetzt, dass ich Probleme mit Tenshinamen haben werde Fahr zur Hölle, verdammte kleine Missgeburt So, dankeschön Ach Kacke Du dreck Du dreckst Spasti Okay Oh Okay Willst du mich verarschen? Jetzt auf einmal macht er auf Volltempo oder was los? Ach Du heilige Kacke Der will mich unbedingt verprügeln Okay, geschafft Und so Egal Ich hab noch den Ich hab noch geschafft, ihn noch zu verprügeln Okay Ach du heilige Kacke Komm, komm Gewonnen Gewonnen Fall runter Langsam Gut so Sieg Ich hab's geschafft Ob Mutenroche es wohl gesehen hat Weltkampf 2 Duell Guko vs. Krillin Ach, Krillin wieder Guko Halt dich bloß nicht zurück Okay, natürlich nicht Sprecher Ach he Nun ein Duell zwischen zwei Schülern Der Schildkrückenschüler Okay Beide Wettkämpfer Wettkämpfer Beginnt das Duell Okay Krillin Komm her Ähm Okay Der ist irgendwie stark Hat es eigentlich irgendwas abgezogen Bei ihm Irgendwie scheint das nicht so Oh Wieso Ach du heilige Kacke Wie ist der dann drauf Der macht irgendwie Die solche Special Moves hier Egal Jetzt hab ich in die Ecke getrieben Verdammt Komm 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 Wasserhülle Okay Gewonnen Verdammt 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 Ich kratze ab Wegen ihn Okay Irgendwie noch ausgetrickst So Egal Ich scheiße Kann mehr mehr Verbrücke ihn auf die altmodische Art Mit Tritten und Schlägen Okay Okay Noch irgendwie getroffen Und Okay Wo bist du Komm Steh Okay Gewonnen Und Bämst Ging eine fette Glatze Du Vollmondkopf Geschafft Jetzt Mit deinem Schwanz Im Arsch Boah Hey hey Tut mir leid Aber der Sieg gehört mir Wartet mal Ja ich mach noch ein bisschen weiter Wettkampf 2 Äh Gucke wer sich Tenshin an Och Das wird heftig Ging dich Ging dich Dürfte ich mit Leichtigkeit Gewinnen Wie aufgeregt Dass wir beide uns Im Finale Gegenüberstehen Ich werde dir Eine Technik zeigen Die ich mir Aufgehoben habe Okay also Wer wird unser Champion Okay Wir gehen Das Finale Ach du heilige Kacke Und wie sollte er Noch mehr leben Als ich Ach du Kacke Komm jetzt Er zieht doch noch so viel ab Okay komm Ach du heilige Kacke Wie viel hat der denn Okay komm So Okay komm Und so Und so Und so Okay komm nochmal Das gleiche Spiel Okay Und nochmal Und nochmal Komm Ey ich will jetzt Gewinnen Verdammt Verdammt Ich kratze ab Ey willst du mich verarschen Was Okay komm Ich kann noch Diesen Kampf Gewinnen Ich bin ganz gut Jetzt Konzentriere Okay Der Wackt Der wackt Irgendwie da oben In der Luft rum Okay komm Verdammt Ey den Kampf Kriege ich nicht mal rein Okay komm Vielleicht schaffe ich den Kampf Oder Ich darf die Hoffnung Nicht aufgeben Ich darf die Hoffnung Nicht aufgeben Leute Ich kann den Kampf Noch gewinnen Und Nochmal Komm Und Verdammt So eine Kacke Nochmal Ich hätte fast gewonnen Halt die Fresse Niederlage Okay Wir sehen uns Im nächsten Part